Asklepios. In 160 Einrichtungen sind wir für die Gesundheit da. Aber wer macht Asklepios in 14 Bundesländern und mehr als zwei Millionen behandelten Patienten jährlich zu einem der führenden Krankenhausbetreiber in Deutschland? Unsere rund 47.000 Mitarbeiter aus über 100 Ländern. Die Schwestern, Pfleger, Ärzte, die Fahrer, Techniker, Hausmeister, die Assistenten, Sekretäre, Köche. Von der Geschäftsführerin bis zum OP-Roboter. Sowie auch unsere Partner. Von Sylt bis Lindau. Darum möchten wir Ihnen zum Weihnachtsfest eines sagen. Danke. Danke für Ihr Vertrauen. Danke für Ihren Einsatz. Danke für Ihre Treue. Danke, dass Sie dabei sind. Sie machen uns zu dem, was wir sind. Denn wir alle sind ein Teil von Asklepios.